Was gibt es auch? Der erstewand. Der zweitewand. Naja… Helium Panzer! Der zweite Wand. Eure Damals! Und dann. Was ist mit dem? Guck mal. Drei! Hör! Ich hör nicht mal. das ist ja nur ein kleines netz was da oben ist jetzt ein panzer brauchst du hier auch ein ich lasse mir gerade schon brennstoffe hochbringen repariert mal schneller die haben oben sogar den eisenzug gekillt haben wir alles geschrottet du hast auch alles eingestellt nicht alle produktion wieso stell ihn mal wieder an ist angestellt wer ist der törner ich glaube ja warte ich glaube ich gucke ich bin da ich bin auch da ich werde auch schneller gerade ich bin schon mal 44 ich bin auch noch ein paar ich bin auch noch ein paar Läuft. Mit viel Geschwindigkeitsmodulen. Ah, sind so viele noch drin an den ganzen Lasertürmen. Warum werden die nicht ersetzt? Haben die vielleicht Baobots gekillt? Kann das sein? Ja, kann sein. Ne, die Baobots sind hier blockiert. Durch Beton. Womit? Durch Beton. Oh. Moment. Wieder welche frei. Naja, das steht eigentlich nicht. Hm? 800 wären noch frei gewesen. Das ist ja komisch, ne? Ey, haben wir immer noch Stromprobleme? Kann nicht wahr sein. Ich hab da schon so viele Sonarfelder jetzt gebaut. Ach du Scheiße, komm unten auch noch ein. Wofür? Ja. Wofür? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020